Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Besuch und zwar ist das die Mona. Eine Freundin von mir fährt in Urlaub und deswegen sollte ich aufpassen auf sie 5 Tage. Und das mache ich auch sehr gerne. Sie ist 3 Jahre alt, 2 Jahre älter als die beiden da. Und ich kümmere mich jetzt die 5 Tage um sie. Komm her. Heute wurde sie vorbeigebracht von einer halben Stunde. Komm her, Mona. Sie lässt sich schon streicheln von mir. Alles ist gut. Jetzt putzen sie sich erstmal. So, wir lassen sie jetzt auch mal in Ruhe. Und zwar ist das das Gehege von der. Wir tun sie auch nachts rein. Wir werden auch so ein Außengehege wie die beiden kaufen. Für die beiden eigentlich, aber solange Mona da ist, benutzen wir das für sie. Und machen das dann hier dran. Genau. Vielleicht, also wenn es so heiß wird, werden wir sie auch reintun in den Keller. Und vielleicht werden wir den beiden auch den Käfig kaufen, den gleichen und auch in den Keller tun. Das werden wir aber sehen, wie heiß es wird. Denn spontan würden wir dann bei Fressnapf den gleichen Stall kaufen. Denn dieser Stall ist von Fressnapf. Genau. Da wurde sie mit nach hier transportiert. Und genau. Das war es dann sogar für heute. Das war das heutige Video. Nicht wahr, meine Süße? So, fest zugemacht. Tschüss, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.